hey hohen willkommen zurück zu it takes two hallo 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 ganz schön schön nebenbei mir ist in der aufnahme als ich die ganzen folgen geschnitten haben was aufgefallen manchmal hast du deinen schlusssatz nicht zu ende geredet und du hast manchmal nicht tschüss gesagt so jetzt kann er losfahren nicht tschüss gesagt nein hast du nicht so wie gesagt aber langsam was hast du gesagt wenn du nicht tschüss sagst du hast nichts gesagt ich habe bis zur nächsten folge genau und wenn ich tschüss hast du nicht gesagt manchmal hast du auch den satz bis zur nächsten folge einfach bis zur nächsten hast du gesagt und ich dann folge weil du den satz nicht fertig gemacht hast passiert bei mir manchmal ohne dass ich das hat bewirkt wir brauchen ein bisschen mehr schwung sonst fahren wir gleich rückwärts bisschen warum hüpfe ich eigentlich die ganze zeit hoch hallo schon drückt ich wollte es testen ich drücke jetzt ja ich nicht mehr das ist schon wieder ich drücke nicht auf tasten ich auch nicht wer hat denn so ein kinderzimmer ein schief ein schief ein schief 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 schieffahren schieffefahren haben wir ja rückwärts wer es noch nicht kennt auf dem youtube-kanal ich wollte schon immer mal werbung machen und schaut bei morgen vorbei habe ich noch nie gesagt in dem wenn du jetzt okay kammer auf das siehst du doch oben links weg mit dem scheiß auf den weg aus oder man kann schon gekriegt also alle türme weg hier links noch das reich jetzt hat das noch nichts aber das war recht aha alles weg ein bisschen rechts links Spächer noch so kann man schon sehen können irgendwo da und wenn sie stehen bleiben bleibt ja auch nichts und nach hinten laufen dann geht es einfach noch mal nach hinten du kannst auch links und rechts die maustaste nicht nicht nur vor und zurück vor und zurück ist für vor und zurück was macht das für einen Sinn wie soll man mit dem boh- wenn ich rechts links drück bewegt sich dann so automatisch oder was keine ahnung kann ja noch testen guck mal nicht ok ich verstehe die steuerung jetzt drück weiter ich glaube beide links oder rechts drücken geht es besser gespeichert aber gut dann können wir jetzt wenden ja ach noch eine andere info dass warte hier ja wir hätten dran locken können vielleicht aber das eine motherboard dieser anzeige ist mir doch etwas suspekt gell die holten jetzt doch nicht dafür nehme ich jetzt noch mal 30 euro mehr in die hand holen wir das gleiche noch mal teurer apropos leute wenn er damit ist schon anfängt also würdet ihr euch ein pc teil kaufen wie geht das scheiß auf würdet ihr euch ein pc vorteil kaufen das schlechter ist als ein anderes pc teils günstiger ist aber nicht sehr viel schlechter ja ok aber es sieht besser aus nein doch also ich find meins schöner nein aber eindeutig das ist ein plastikbomber so jetzt reden wir nicht über komische pc teile ich hab die idee ich schieße die pinguine ab schieße die pinguine ab auch kann man war näher und jetzt muss ich hier wie das boot steuern ja dann solltest du mal nach links drücken und es nach links geht du kannst auch nach links fahren ich drück die ganze ich bin dauerhaft auf der links gewesen ich war auch auf links aber es geht mir nicht rüber ich drückst du a oder d wenn du nach links willst ah man ich hab's da nachgeguckt ey man ist aber jetzt angekommen du bist du bist du kannst du aber nicht du bist du das du bist du du verkehrt wir können jetzt weiter auf den bansch rüber ist links rechts oben unten ich habe kann ich sie da das haben wir nicht da wo wir zu dem oktobus haben wo uns abschießt sagt rüber aber es gibt zwei fahrtrichtungen links und rechts ja ich sehe den aber wenn er halt exakt hinter uns ist und dann rüber gibt es zwei richtungen links oder rechts wo geht er denn hin wo geht er denn hin oh oh tschüss wanne aha da ist er wieder das wird es kann erfahren oder somit hier äh es und klo ferschen können wir noch ballern ah die flieger ist mal weg wir hätten den bomber weg machen müssen Okay, now I'm starting to feel sick too. Just don't throw up now. Oh shut up, I keep shooting! Einfach klicken, 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 klicken. Rechts, rechts, rechts. Links, links, links. Kommt er hier? Auf die Schnauze von dem... Ich bin nicht nah genug dran. Komm, komm mal. Easy... Ween! Und das war das jetzt? Da waren halt die anderen Sachen schwieriger. Das stimmt. War ja auch nur ein Oktopus. Ich nehme auf, gell? Ich habe mich gerade gewundert, weil in OBS gibt es jetzt anscheinend in der Taskleiste ein rotes Signal, ein rotes Zeichen, das man aufnimmt. Ich war gerade verwundert, ob er heute gedacht ist, die Aufnahme tot? Das war aber schon immer. Ne, das war nicht schon immer da. Bei mir schon. Dann bin es anscheinend noch nicht so lang, wo er ist. Das kann möglich sein. Weil damals war das nicht da. Bei mir schon. Da hast du die Einstellung geändert. Nein. Ich habe nie eine Einstellung geändert. Damit finde ich es eigenartig, warum bei dir da kein roter Punkt war. Wahrscheinlich ist es bei dir normal. Und das andere, wenn du was links neben drin schleifst, da hast du auch ein Zeichen davor, das läuft. Auch wenn du live fisch. Das ist ja normal. Aber in der Taskleiste. Ja, deswegen beim Aufnehmen war das notärlich. In der Taskleiste. 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 Da sehe ich gar nichts. Oh, keine Rundenpunkt. Ich schade. Ich habe da vorhin das Update gemacht. Oh, was ist das? Kein Update. Ich habe vorhin das bekommen. Ich habe vorhin alles bekommen. Oh, ja. Es ist wincht von einem Balloon. Hey, das ist Rose's Balloon. Oh, ja. Ich liebe diesen schrecklichen Balloon. Warum musst du ihr das kaufen? Ich habe das gehört. Jetzt können wir nicht nach dem Elephant kommen. Es muss ein Weg, um diesen Bruch zu reduzieren. Oh! Hey! Hey! Der Bruch ist nur für Besucher zu reduzieren, oder? Oh, gut. Wir sind in der Taskle. Bist du hier, um die Queen zu sehen? Nein, nein. Wir sind hier, um den Elephant zu sehen. Welchen Elephant? Oh, Rosies beste Freund, Cutie. Der Elephant da oben. Oh, das ist die Queen. Oh, Gott. Das ist richtig. Ja. Rose, uh, gave the Elephant a crown. You know, a Queen's crown. So Rose made the Elephant into a Queen? Yeah, I guess so. It's her favorite toy. Oh, perfect. So now we're killing a Queen. Oh, okay. Königin Queen. No, 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 no. She said chilling. Yeah, chilling with the Queen. We are really looking forward to chilling with her, right? I see. Well, all visitors must prove themselves worthy of an audience with the Queen. Get a ball over there and use it to pop the balloon. And then you will be granted access to the castle. Great. Thank you. Yeah, let's go pop that creepy balloon. Oh. 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 Wey finds this kind of thing. It's escaping from the beginning. Oh, okay. Du bist einfach hängen geblieben. Von Anfang an. Hi, Kyle. Oder soll ich auch kommen, dass es schneller geht? Das ist vielleicht möglich, dass du da... schaffst. Ja, da muss ich schnell sein. Warte mal. So, jetzt hast du nicht so einen langen Weg. Eine exzellente Idee. Wie bist du nur da drauf gekommen? So, und jetzt? Ja. Warte mal. Dann müssen wir weiter machen, bis das Ding voll ist. So, jetzt muss ich noch ein paar Blöcke und Räume sehen. Ich glaube, es ist Zeit für ein paar Hämster-Aktion. Sie sind alle mit uns verbunden. Mal sehen uns. Okay, dann gehen wir den Ball rein. Er hat es gerade gebackt. Spiegel macht bloß keine Mätzchen. Oha. Aber das war die auch. Dass der das bis da rüber geschossen hat. Ich geh mit der Robby rüber. Geht das? Die Robby hat doch den Ball auch rüber geschossen. Aber die hatten doch halb gefressen. Na gut, dann geht das halt nicht. Wo müssen wir hin? So da hoch. Müssen wir jetzt zielen? Soll ich dich abschießen oder du mich? Wie? Abschießen? Wenn natürlich du dich. Das Geräusch. Ähm. Okay. Ähm. Hast du das Ding nochmal bewegt? Ich wusste nicht, dass ich's bewegen muss. Oh gut. Ja. Mach. Klatsch. Weiß er? Klatsch. Oh scheiße. Jetzt klatsch. So, jetzt nicht klatsch. Jetzt mach bumm. Bumm. Oder ganz oben. Okay, ein Stück zu hoch. Hä? Oh je. Muss genau das Gitter. Ne, ne. Jetzt. Ah, so cool. Ich wusste nicht, wie stark die Lenkung ist. Ach so, du kannst ja nochmal lenken. Wusste ich bis jetzt auch noch nicht. Deswegen bist du vorhin im Bogen geflogen. Ja. Wüsste ich auch bis jetzt auch noch nicht. Aber nur gesehen, dass ich gerade von den Gitterstäbchen... Oh Mann. Wenn er runterfliegt dann. Und... Jetzt. Ehe. Treffern versenken. Oha. So, weg ist die Kugel. Hey. Er schießt. Wir müssen noch das Ziel da treffen, oder nicht? Keine Ahnung. Was heißt, ey... Na gut, dann schieß ich. Komm. Ich schieß dich weg. Dann geht's wohl nicht mehr. Dann komm. Ich dachte, man muss das Feld da noch treffen. Aber sonst dreht sich ja gar nicht mehr zu uns. Oh ne. Alright, Mei. Jump on. Alright, now. Alright, easy now. Slogans. Mei. Was passiert? Du warst schon viel egal. What is geschehen? Ach so, die Kugel muss da oben bleiben. Oh Gott, das kann wieder was geben. Vorne lehnen. Ich kann nur links und rechts. Siehst du, auf meiner Seite links. Ja, und ich kann auch nur links und rechts. Exakt. Aber dein links und rechts ist vorne und rückwärts. Mein links und rechts ist links und rechts bei mir. Ach so. Ah, okay. 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 Hast du das gesehen? Ja. Wir waren gerade. Das ist einfach umgekippt. Spiel, ich verklage ja gleich EA auf alles. Okay. Jetzt habe ich es zur Überdrehung. Wie es ihm anhört. Es wäre, als würde man so eine Uhr aufdrehen. Du treibst jetzt nach vorne. Auf einmal rollt dir von alleine Vollgas nach hinten und ich gebe Vollgas nach vorne. Er kommt einfach nicht mehr nach oben. Das ist schön. Das ist ein Müll. Ich will deine Seite. Okay. Nein. Nein. Hä? Er kommt auf einmal nicht mehr hoch. Und? Rechts runter. Vor allem das Lustige ist, ich musste nichts machen. Ich habe nichts gedrückt. Nein, du musst nichts. Ich habe nichts. Ich muss nichts drücken. Ich war halt bei mir. Ich gebe dir einfach tot um. Da ist er. Willst du rüber schwenken? Wir müssen das wahrscheinlich dazu machen. Viel Glück. Du musst ja auch die Kugel aufnehmen. Eigentlich soll das schon auf den Ballons rüber. Egal, ich springe halt so rüber. Ach, die waren drüben. Ich kann es auch ohne nicht. Ich habe eh gedrückt. Ich drücke eh, aber es passiert nichts. Das ist doch faul zu empfangen. Es passiert einfach überhaupt nichts. Vielleicht müssen wir aber auch ganz nah hin. Dass wir uns oben treffen. Und uns dann die Kugel... Hey Butterfinger, that was going on! Ich habe sie durch die Kugel gefangen. Ich habe sie durch die Kugel gefangen. Aber welchen Takt muss er denn da sein, dass wir uns berühren? Das geht gar nicht. Der Abstand reicht doch nicht mal. Oder soll ich sie in den Himmel werfen? Ich kann sie ja sogar so aufnehmen. Im Flug. Vielleicht muss ich sie dir da hinschmeißen, wenn du gerade zurückkommst. Ja, das kann sein. Ja, das kann sein. Wart mal. Oha Fabian. Ist sie gefangen? Kackst du jetzt nicht. Ja, meck mir den Scheiß. Ich habe sie durch den Kugel gefangen. So, jetzt mache ich aber nochmal, wie es sich gehört. Das ist doch eigentlich so viel schwerer als hier. Wart mal, wart mal, wart mal. Ob man da oben reingeht. Hallo? Ich will auch eine Kugel sehen. Schluck dich, du Automat. So, wo hast du die hin? Da. Ich habe die nirgends hin. Das müssen wir wahrscheinlich über die ganzen Ballons hier drüber. So, hier. Komm und sie miet. Komm und sie miet. Voll ganz im Meer. Voll ganz im Meer. Das springt jetzt so. Bumm, macht's. Bumm, macht's. Alter. Du blödes Spiel. Äh, ja. Bei mir hat's nicht explodiert. Beim Holz. Hä? Ähm. Achso, und dann abbrechen. Ich glaube, wir müssen beide abbrechen. Aber ich kann nicht abbrechen. Abbrechen. Ich kann nicht. Achso. Es geht auch nicht so. Ich kann Kuh drücken, wie ich will. Ich kann nicht abbrechen. Es ist nur die Sicht bei mir. Ich glaube, wir haben Spielkampf. Hä? Gut gemacht. Ich hab nicht Kuh grad mehr gedrückt. Ich hab nicht Kuh grad mehr gedrückt. Hast du grad Kuh gedrückt? Ich hab nix gedrückt. Ich hab nix gedrückt. Tschüss. 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 Au, 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 au.